Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, weiter geht's mit der Quest der Grabhort. Begib dich zum Grabhort. Ist jetzt wie weit weg? 1200 Meter ungefähr. Wir werden mal schauen, ob wir hier einen Mount rufen können. Jep, das geht sogar. Da kommt es. So. Aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen Pflanzen einsammeln. Ja, wir werden ein bisschen was einsammeln, weil ich hab fast nichts mehr. So, was haben wir denn hier? Feuerbrüllrücken. Die greifen wir jetzt hier aber nicht an. Schauen wir mal, dass wir hier so irgendwie durchkommen. Wenn euch diese Folge ein bisschen gefällt, lasst mir doch am Ende ein Like da und einen Kommentar oder auch ein Abo. Je nachdem. Boah. Ich greife nämlich gleich an hier. Alles weg. Akku hier. Viel Schaum. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. Genau, würde ich auch mal sagen. Nein. So. die anderen haben nichts ich wollte mir eigentlich jetzt mal beim nächsten Händler irgendwie Rüstung kaufen schauen wir mal einer kommt dann würde ich sagen kaufen wir uns mal Rüstung je nachdem was wir auch Scherben haben das brauche ich später noch das machen wir anders jetzt habe ich den gerufen den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rufen vielleicht greift unser Läufer den gleich an unsere Stimme ok geht doch hier müsste bald ein Lagerfeuer sein das Lagerfeuer da oben ok gehen wir doch da mal hoch ok 600 Meter noch oops oops ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, das schreckt mich nicht so Okay, dann macht das Stimmen ordentlich Okay Ruhe hier So, dann looten wir mal Schauen, was es zu looten gibt Looten Kühlsaft Das nehme ich mit Looten, nehmen wir das mit Und weiter geht's 500 Meter noch Lagerfeuer entdeckt Wo denn schon wieder? Der Cut ist eigentlich nichts Da ist ein Lagerfeuer Aber das haben wir glaube ich schon Oder ne, haben wir noch nicht Sehr gut Machen wir das doch gleich mal an Geht's doch Oh Noch einer Ja, Moment mal und Kann mir vielleicht noch ein bisschen helfen Den Kameraden noch Gar nicht schlecht zu wissen Dass mir die Mounds hier Wirklich gut helfen Und wir füllen uns mal auf Habe ich ganz vergessen Wir müssen hier unbedingt mehr Medizin finden Du begleitest mich Sehr gut Kannst du den ja mal angreifen da Na los, gleich mal an Komm Ja, Moment mal an Komm Oh! Klobehälter, sehr gut. Ihm geht's auch noch gut. Das würde jetzt nicht. So, und weiter geht's. Ist natürlich geil, wenn du mal die Teile runterschießt von den Maschinen, kriegt man natürlich auch mehr Loot. Im Endeffekt. Gar nicht so schlecht. Oh, was ist das? Eine Metallblume? Ah, sehr gut. Oh, was ist denn das da? Was ist das für komische Viecher? Ach, grau habe ich da, okay. Okay, die sind jetzt nicht so besonders stark. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Wir werden aber trotzdem vorsichtig sein. Da kommt's mit. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Gut. Okay, was hat er gefunden? Händler. Gehen wir doch mal zu dem Händler, würde ich sagen. Der müsste hier oben sein, ne? Danke. Allein. Na gut. Steht der hier oben? Ich wollte mir doch neue Kleidung kaufen. Da ist er. Okay, reden wir doch mal mit dem. Schauen, was sie so im Angebot hat. Outfits. Oh Gott, wir brauchen überall. Panzerwanderer jetzt. Wächterlohe. Ich glaube, ich nehme jetzt mal das Banuk-Eisjägerin. Okay. Nehmen wir mal die. Kaufen. Hausrüsten. Alles klar. Dann wollte ich gleich nochmal schauen, ob die modifizieren kann, die Rüstung. Feuerschutz. Feuerschutz, ne? Eisschutz, glaube ich, ist nicht schlecht. Aber ich wollte da eigentlich epische Sachen reinpacken. Nahkampfschutz. Fährenangriffschutz. Fährenangriffschutz. Machen wir das mal rein. Und hier packen wir noch. Hm. Ach komm, machen wir nochmal Feuerschutz zusätzlich rein. Geht okay. Okay. What? Was ist da los? Greift unser Tier schon wieder an da? Sehr gut. Dann mach mal. Nein. Sag mal. Gut schon. Gut schon. Na wo ist er denn? Okay. Müsste auch down sein. Noch einer da. Noch zwei noch. Menge. Teil todo. T Scan. Gų. Nein, was ist denn jetzt hier? ok hab ich dann sind die wirklich schon mal down sehr gut eine Ruhe looten können hier aber wir haben jetzt eine tolle neue Rüstung schaut euch die an schaut toll aus das ist eigentlich genau für dieses Gebiet hier gedacht denke ich mir mal so so Okay, wir sind am Grapport angelangt. Wow, was ist denn hier passiert? Okay. Ein Lagerfeuer gibt es hier nicht oder sowas? Okay, erkunde den Grapport. Ich würde sagen, Leute, bevor wir den erkunden, machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut. Und machen natürlich in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Oh, hier ist ein Panzer. Wahnsinn. Genau. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.